Hallo und herzlich willkommen! Und nun, ein MCS wird das ganze leider nicht. Ähm, es wird erstmal eine Vorwarnung herausgegeben bei uns. Schauen Sie mal hier. Ah! Sofort! Ah! Hallo! 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 Sofort! Äh, oh oh! Ich glaube, jetzt wird erstmal Firefox abstürzen! Hehehe! 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 Huuh! Uuuuh! Also dann mal los. Kau naun. Los geht. Noch schneller. Noch schneller. Noch schneller. Hallo. Noch schneller. Ähm, sofort! Probleme! Hallo! Wie das Schatten aussieht! Möhm, mannö! Wo? Niin, Niin! hallo, hallo, sofort, sofort hallo hmmm 77x Firefox 3 Gruppe Sließen Warten Ah, Firefox 3,5 installieren gehts nie da Ausführen sofort fortsetzen installieren warten ah hallo Firefox, jetzt starten ich will aber bloß keine Sitzung wieder herstellen hallo, Firefox starten ich will aber bloß keine Sitzung wieder herstellen ja bis diese Billigware da endlich startet gucken wir erst einmal was uns so die nächsten Tage erwartet da ist es draußen schwül vormittags nachmittags abends nachts vormittags nachmittags abends nachts vormittags nachmittags abends nachts äh vormittags nachmittags abends und nachts klopfen klopfen in Düsseldorf bei Heidelberg sieht es aber krass aus hier Eifeln zum Glück nichts oh Venedig Stuttgart ja da geht's hin nachknopfen jetzt prüfen fertigstellen und zimmer Firefox oder die neueste Version aktualisieren YouTube Anruhe Schlaf Huuuuuuu Huuuuuuu Ach du Schande was da Update Huuups Huuuups volles Redendebit Egal gucken wir jetzt erst einmal raus Die Temperatur ist etwas Die Temperatur ist etwas versunken wir haben aber Schwüle öffnen öffnen Ähm Aha Kröppenfehler Ähm Schauen Sie mal diese Billigzelle hier verringt Huuuuhu Entschuldigen Sie Schauen Sie mal das hier ist das Radar von in Frankreich Oh Es gibt ein neues Bild Hä Es ist schon 19.34 Hallo sofort Oh jetzt sind sie alle fertig mit Essen Aha Voll die gelbe Pute Schauen Sie sich das mal an Schluck Äh Quatsch Waren Württemberg hat eine Warnung vor Gewitter Äh Etwa ab Mitternacht kommt es vor allem im Nordwesten Waren Württemberg hat ein Teil sehr kräftiger Regen auf der von Gewittern durchsetzt ist und sogar unwetterartig ausfallen kann Dabei können gebietsweise über 25 Liter pro Quadratmeter in einer Stunde und oder über 35 Liter im Quadratmeter in 6 Stunden zusammenkommen Außerdem sind Windgrölen bis 80 kmh möglich Kaum Jedoch Leider Haare Ne Von was haben die denn da überhaupt Warnung Hallo Was hieß denn Oh 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 Bis 18 Uhr Oh Oh Äh Schon ganz scharf Äh 1,2,3 Oh Oh Klotzen Was ist nun bei Heidelberg da hier los Äh Von 20 Uhr Von 20 Uhr Von 20 Super Bis 1 Uhr ist das Heidelberg da Nur Äh ich glaube um 0 Uhr wirds aktualisieren Oder Versteht nun da Blöd Versteht nun da ist wo aktualisiert wird Wochen vorhersaugen Wochen vorhersaugen Wochen vorhersaugen Laaaaaam Zaaaam Zaaaam Heidelberg Heidelberg hat gemeint Das es sehr heftig werden kann Jaaaa Meist Äh Meist schwülwärmer Und vor allem in der Mitte und Südenteils schwere Gewitter Amt am Wochenende wieder grüner Und über Front rein Äh Und jetzt sehen wir der ganzen Sache etwas näher gekommen Die aktuellsten Aussichten So Nachmittags Abends Nacht Vormittags Nachmittags Abends Nacht Und nun Schauen Sie mal hier Die aktuellsten Meldungen Mich fragt's bloß Was sind Erstens Die violette Blitze Zweitens Die rote Blitze Huuups Äh 21,7 Ranzoomen Nächst Irrunt Läuft Läuft Auf Halb Sieh doch unkreativ Aus Äh Sieh doch unter Nicht aus Aktualisieren warte Oh, Salon hat OEZ-Coran. Hänger. Ist immer noch gelb. Ups. Glaube ich nicht. Äh. Wie ist das andere? Da. So, wo befinden sich diese Viecher? Äh. Ich mache ein Frankreichs an daran. Ups. Wenn das Hauptzentrum hier durch ist, dann ist Pause. Das erste Mal. Oh, das ist wirklich voll. LOL. Da ist es normal. und dann wieder auf dem das ist und dann dann auf dem und dann 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 Und zurück nach wird es definitiv einmal eine Rehme drehen, bzw. was ich dir jetzt Ok, die ganzen Sachen sind verrichtet, eine New Table brauche ich nicht, äh, ich will es jetzt erstmal vielleicht auch für Aufladen und so raus Aha Was ist das? Mal schauen, was in der Zähne drin ist Aktualisieren Oh, die Aux-Kratzer So, das ist schon blitzaktiv Ups Und das ist eher blitzaktiv So, das war es mal alles Okay. Hm. 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 Es ist aber spät online. Gucken Sie, die rote Blitzenz ist komisch. Ne, wie die hat immer noch mal ein Dreieck. Tausten. Äh. Tö, überall reden. Komisch. Das Ding derzeit nicht mal hier. Ne, der wird da auch. Na ja. Sieht auch gut aus. Ne, Stefan, wo es immer noch klingt, hat man schon seit drei Stunden im Chat. Ja. 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 Lass uns noch eine Schalne berechnen, mal hier die Ecke Weltatlus 2. Hänger, wieder herstellen. Egal, jetzt gucken wir erst einmal, dass wir eine Karte finden. So, nun geht es los und schäfen sie. Und nun geht es los zu den Light Chasing aller Zeiten. Es gibt mindestens 5-8 Zellen. Es ist unknau, die sich jetzt zusammengebildet haben und wieder getrennt haben oder was. Und das Ganze wird jetzt als MCC, Mesoscanical Convectives Komplex, überzeichnet. So, jetzt geht es los. 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 Also hierdid比較нее. So, jetzt geht es los. in seiner Richtung West bis Südwest bilden. Das heißt, das Ganze wird sich jetzt hier abspielen. Das Problem besteht, wir haben hier zwei Bäume. Und zur Zeit blitzt es noch nicht. Öffnen. Anmachen. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Schauen wir mal nach oben. Jetzt wird alles weiter filmt, dass das Zeug es hält. Es wird wahrscheinlich mehr als drei Stunden dauern. Das heißt. Los. 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 Blutten näher. Blitz. Hallo. Schnee an. Klotzen. Ups. Lackerei. Schauen Sie uns mal an. Bin aktuell gesehen. Gaaaand. Na, die hört sich einfach nicht hin. Hat jemand mit beiden Knoblauchusben armed ku. Gaaaaaands. Leichtes Wetter leuchten. Ganz wenig. Aber wir warten erst einmal bis das ganze Ding hier her leider schon, dann können wir auch weiteres drauf schließen. Wir wünschen Ihnen viel Spaß bei diesem Gewitter bzw. mehreren Gewittern, da noch eine Front vor uns steht, die wo heftig mit Blitzwarte und alles voll ist. Bis gleich. Oh, es hat so eben einmal verblitzt. Bis gleich. Oh, oh, oh. Ich glaube, das Ding zieht wohl etwas leicht nordwestlich bzw. nördlich vorbei. Das heißt, wir werden uns jetzt umplatzieren nach Nordwesten. Äh. Das kann jetzt etwas Zeit in Anspruch nehmen. Schauen Sie sich schon mal die ersten Wetterleuchten und an. Ja, das machen wir erst einmal, wenn wir vor Richtung Nordwesten schauen. Und nun geht es los. Wetterleuchtung Richtung Nordwest. Wir wünschen Ihnen viel Spaß bei diesem Wetter. Vorgewitter. Es wird wohl uns leicht streifen, aber für Blitze wird es wohl reichen. Die nächste Front, die man aus Frankreich kommt, die kommt aus Südwesten und wird uns wahrscheinlich vielleicht in etwa einer Stunde ungefähr oder vielleicht etwas mehr erreichen. Wir wünschen Ihnen viel Spaß bei diesem Vorgewitter. So. Das war's. 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 Ein Problem habe ich noch, und zwar nämlich, ich kann nicht direkt Bescheid bilden mit dem Handy machen. Wir werden es aber trotzdem mal versuchen. Aber bis jetzt ist Blitzwarte relativ gering, beziehungsweise das Wetterleucht noch weit entfernt. So, das können wir mal machen. Und das war es nicht so weit. Vielen Dank. 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 ... 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 Vielen Dank. 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 Okay. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Bye. Vielen Dank. 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 , Vielen Dank. , 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 ,, ,, , ,, , ,, ,, , ,, ,, , ,, ,, , , ,, ,, , , ,, ,, ,, , , ,, , 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 und, , 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